so weit sind wir doch jetzt ja nicht so weit sind wir doch jetzt ja nicht weg doch fünf kilometer ekelhaft der ist ja schon bei mir dran mit 1,3 kilometer 1,2 ich bin ja als erster losgefahren aber fährst du genauso schnell wie ich oder ich bin ein bisschen schneller ich fahre jetzt 33,6 ich fahre jetzt 37,9 so also ich kann jetzt komplett überdecken mit walter wirklich wirklich noch nicht ganz halb oder halb ich sehe ich kann jetzt die ganze arm mit radar überdecken ganz gallien wird schon geschossen besser geschossen die geschissen so dann einmal kurz einpacken was ist hier schon bei einem lemon train hier ja das kommt wenigstens relativ wendig die ganze cola kommt ja nicht also auf diesen schon mal schon mal ein sack wenn wir den schön hinterher von dann ins genick schießen so ist auch scheiße wo ich hier habe naja das leben train nach der dann wärst du doch ein bisschen da geblieben dann können wir gleich über b nach d fahren ja unsere schlachtschiffe sind ja auch wirklich alle hier nach a gefahren was er denn ist es steht noch bei c rum ja gut gemacht du bist ja die oma und bei d tun sie uns alles vernichtet so ist er noch gar nicht weg was die bnd die links da wir sollten vielleicht hier gehen sollten so der riverfahrer hier habe ich auch froh wo einem joko die mich drauf macht bei dir und jeder wort ganz schön hat die schwein dass ich tief was er doch wieder so bums vollpfosten musste ich hier ablenken muss ich hier reinfahren wo kommen die torpedos jetzt hier ohne eine idee das war ja eben im joko ich hab mein hydro mal an das ist gut oder kommen tiefseetorpedos hinter mir muss wohl was dann muss wohl die fusion sein ich hab da vor mir eine new york und akazuki die heute bestimmt reingetraubt kommen jetzt hier gleich wieder hoch nach b ich bin jetzt offen da kommt die arken auf mich weiter feuer war es gibt ja schon das stopp 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 alles klar passt 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 bei drehe achtung ich mache gerade und dann geht es ab auf der auf die angst erst mal bremsen da oben kommt noch das andere die fuji fu fu schuhen da kommen noch mehr jobs ja mensch hallo mit der ruhe die hat vier oder fünftausend jetzt gerade von mir gekriegt ich schieße mal davon auf die new york ich glaube denn die idee getroffen da hinten wir haben hier alles ohne jetzt denke ich hier aber rechts ein achtung torps dahin ist die fuhrstunde fünf kilometer also sind das hier für ein kaktin hier sogar spiel afg ich gehe kurz schnell ich gehe kurz schnell Ich habe in 30 Sekunden wieder Radar Ich fahr zu Oberlin Alter, da gehen die ganzen Mumpel in den vorn, hinten dran, was soll denn die Schweinerei hier? Ich bin entdeckt, also ist doch irgendwo ein DD Die Kraffny Nee Aber ich seh's nicht Oh, die sind irgendwo für mich Hier ist er Ich fahrt hier in die Insel Nee, nee, macht sie fest, zack, boop, dran und klebt Ah, ich komme nicht mehr die Insel an Alter, wir hätten da jetzt so getraubt da hinten Ah, ich treff die nicht Gerade da Hört mal irgendwo fahr, eh Oh, gibt's denn das? Ja, ist raus Miyoko brennt Wir sind nochmal an Satya gelöscht Schade Das ist gleich aus Hm, 18.000 Schaden noch 23 KM 23 KM Wie geht das? Ja, das ist gut Und dann kann sie mal gucken Weil du stehst da so schön in der Insel Und dann kannst du rein auf Komm, du bist rein ab Reicht nicht um Dietze zerlegen Das ist jetzt ein Witz Und dann kann sie mal gucken Wie stehst du da so schön in der Insel Hauptberuf rein ab Reicht nicht um Dietze zerlegen Das ist jetzt ein Witz Ist da vorher noch ein Zerstörer drin? Ja, ne? Ja... Warte... Alter... Ich steil hier kein Schade aus mir wieder, ne? Fuck... Du, mein lieber Zerstörer, du hast jetzt gerade einen Applaus mit dir, ne? Ja... Bin recht, eh, ne? Ja... Nee, leid die Runde zu Ende... Boah, ich hab' ich geschossen, da hätt' ich direkt... Ich wollte auch gerade auf die... auf die Dings schießen... Oh, was eine Mongo-Runde auf... Das wird ne Lolli-Scheiße hier... 29.000 Schaden... 24 sogar nur... Äh... 28 schon... Oh... 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 Dennis... Sie dürfen... Ähm... Ne, ich doch... Weiß... Etlanta... Ja... Ja... Ach komm, ich mach's mal mal... Äh... Fletcher... Fletcher... Schön... Ja, ich hab' meinen Fletcher-Kapitän hier auf der Atlanta drauf... Ich würde mal einen 10er-Fletcher machen... Oh... So, jetzt kommen wir in eine 10er-Runde... Und mir geht hier nur bis maximal 9... 2er höher... Oh... Nebelt ihr mir? Boah, Hotnik... Hast du Hotnik? Ganz unten... Unter mir... Boah... Platschen nur hier rum... Was? Ne... Das war dann bei mir gewesen... Nein... Doch... Hast du nicht den eigenen Nebel? Ach so... Fährst du mit der Atlanta... Mhm... Bist keine Flint... Atlanta... Die schicken wir nach Atlanta fest... Hab auch extra... 8 Kilometer war da dabei... Ah... Uh... Uh... Du bist schon ein Fuchse... Fangen wir auf die... Gerade zu... Mal gucken... Was kommt so... Genau sieht so aus... So... Schlachtschiffe fahren sind sowas oder außen rum... Die Idee ist, wie man wahrscheinlich hier mit dem Durchkommen... Und dann bin ich zur Stelle... Ich bin geortet... Das ist auch so ein blöder Perk... Ja, manchmal finde ich's gut... In die Klangfürchte nehmen sie das Zeug... Immer... Wird sie wissen, wo der Gegner ist... Oh... In welche Richtung der kommt... Damit du dich einstellen kannst... Was ja eigentlich schon so ein kleiner Wallhack ist eigentlich... Ähm... Wann geh ich denn die auf? Äh... Ich geh... Ich geh auf bei 6,1... Ich bei 9,4... Gut... Also geh ich als erster Finale auf... Und ich davon bin... Oder? Und bald... Ja... Bleib für mich schon zu weit weg... Wenn irgendwas ist jetzt gleich... Und ich aufgehe... Dann ist es schon bald vorbei eigentlich... Ich kann ja ein bisschen langsamer fahren... Warum haust du jetzt ja schon Tabetos raus? Ach, das ist einfach mal so... Es ist halt so... Es geht raus... Die anderen Platten drin... Ich bin entdeckt... Ich bin offen... Da ist es sonst... Ja... Vicky... Lass mal den Nebel stehen... Und noch ein Fuh schon... Aber dich... Der Männer hält nicht lange, ne? Fuchu ist stehen geblieben... Oh... Die hat's größt gerade... So, Achtung... Gehen jetzt wieder auf... Ja... Fährt rückwärts... Und tschüss... Leute... Die sind die sind... Ah, ich drehe falsch mal ganz... Ja, ich hab's nochmal getroffen... Ja, ich auch... Da kommt Torps... Schick mal... Ich war so drauf... Ich war voller Pullo... Ich bin schneller. Ja, wo denn? Du musst erst mal rückwärts drehen. Ja. Ja, ich bin bei der Schnelltreffer, oder? Achtung, Fiji kommt. Ja. Oh scheiße, ich bin offen. Ja, da ist die doch irgendwo. Achtung Torps. Oh nein. Da ist er, da ist er. Absolut. Boah, scheiße. Autsch. Oh geil, ich komm hier drüber. Cool. Okay. 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 Oh, da war ich noch in der Reihe, oder? Ja. Ah, jetzt sehe ich den immer. Der Nebel liegt da zu. Achter, neben mir steht noch die Fiji irgendwo rum, ne? Ja, ja, grüß. Oh, da war er auch brennt. Guck, ob ich die Fiji aufmachen kann. Warte, ich mach sie auf. Ja, da hinten. Ja, ja, ja. Oh, fuck Gott, Neil. Nein, ich bin draußen. Ich bin im Arsch. Bin da, bin da. Ja, die ist auf. Oh, ja. Oh, ja, ja. So, jetzt kommt hier noch eine Colorado rum. Ja, die Fiji. Ich hab noch einmal Torps, aber es sind ja alle gerade vorma. Ey, ich fahr schon weg. So, Fiji, die nächste. Ah, ich könnte AP laden sollen. Ah, jetzt bin ich halt offen. Ah, jetzt bin ich halt offen. Jot ist festgefahren. Ja. Kommen wir grad nicht ran. Oh, wer ist? Mal gucken, AP. Okay. Ah, die kommt abwärts. Wird. Jo, ist down. Ah, da ist der Nebel. Geil. Ja, hier war kurz Nebel, ja. Der ist gleich vorbei. Aber ich bin offen des Quammer geahnt. Ich muss jetzt einfach die Colorado hier fahren. Da hab ich keine Ahnung. Na, die hat sich da festgemacht an der Insel. Nein, ich dreht rum. Hier kommt noch eine Minsk. Autsch, Autsch, Autsch. Autsch, Autsch. Autsch, Autsch. Autsch, Autsch. Die trifft mich auch noch auf die Minskgeburt, ne? Was denn? Die Minsk? Ja, ja. Ja, ja. Komm, gib ja Schiff hier. Boah, geil. Die Knallsenau tritt weg. Ich schau. Und... Minsk hab ich getroffen. Jetzt krieg ich gleich wahrscheinlich so freizeitig von der Colorado. Von der Colorado hab ich schon Torpedos hab ich jetzt. Haupttreffer auf die Knallsenau. Da hab ich eh nen Torpedos. Ja, wusste ich's. Ich hab eh nen Torpedos. Ja, wusste ich's. Und auch alles draußen. Mhm. Supergeile Support hatten wir hier. Es steht noch alles an Schlachtschiffen rum. Na, muss auch grad gehen schauen. Was denn jetzt? Ja, es geht. Ich hab ich 6-Zone startet vom Konto. Ich bin dann der Nebel ist weg. Ja, ich schwör. Aber ich mach hier im Moment noch nix auf. Ist da bei uns irgendwo deine Base drin, ne? Mhm. Äh, hoffentlich schnallen die das auch irgendwo mal da hinten. Ja, die Solia ist schon ein Weg da hinten. Ich mach aber auch nicht die Dinger auf die Knallsenau jetzt rumfragen. Ne, die Gleisenau sind auch jetzt hinter dem Hügel da. Boah, hast du Glück gehabt, du. Das ist Torpedos. Das ist die Knallsenau Torpedos. Ach, die Jingwei, die hat ja nicht mehr viel. Boah, heute rennen da. Ah, da ist er. Ja, das ist der Konto. Das ist der Konto. Das ist der Konto. Wo sind die Minis-Kick-Fahrer? Ich muss auch hier. Anstatt dass der jetzt auf den Zerstörertopf fährt, der Vollidiot hier. So, Torpedos die Blaise noch raus. Fahrt ein bisschen weiter ran. Wann ist du auf 7,1? 7,6. Na ja, den Dreh jetzt und den Torpedos und den Warte ab. Oh, jetzt geh ich auf. Scheiße. Ja, das ist scheiße. Jetzt, das ist doof. Das wird so gesehen haben, die wird irgendwie abbremsen oder weglenken. Ja, die Jingwei haben sie erwischt. Wo hast denn du hingetobt? Ich hab versucht, ich hab gewiss auf die abbremst oder nicht. So, jetzt kommt nur die Minsk. Ich weiß schon, was der Sack ausgerollt, der Regina Rüder. So, der Kling Kling. Na ja, ich hätte Colorado anders umfahren sollen. Also Schiffe mäßig sind wir noch ein Vorteil. Wissen Sie, muss man die anderen mal irgendwie da rauskriegen. Okay, die Minsk muss im Kapitän sein, bei denen. Wieso? Ich schätze ich. Na, Bischof fährst du dir die ganze Zeit hinterher. Das kann auch sein. Ich war auf die Insel drauf, auf die Insel zu der New York hin. Die macht mich jetzt gleich auf. Na egal. Ja, die kann aber den nicht schießen. Weil die hätte bestimmt ihre Schütze auf da irgendwo anders zu stehen. Ja, der hier ist die Minsk. Hm. Siehste, hat dir da gesagt. Die 4. hier hinterher. Na ja. Die muss fangen jetzt auf. Geht zu. Hauptschingwei, mach irgendwas. Ja, jetzt bin ich zu. Ja gut, die brauch ich jetzt auch nicht mehr raustauen mit 2.0. Ja, jetzt sollte es passen. Sollte es passen. Sollte es passen. Boah, bis die Kanone als Tränen. Woüber geht's los werfen. Ich hoffe, ich habe es noch mal. rechts links hat aus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Jetzt kannst du mir schießen, jetzt bringe ich nämlich zu. Kaderrand fahrt jetzt entlang. Naja, das macht es aber langsamer. Naja, die ist nicht ganz am Kaderrand, die lenkt jetzt drüber. Oh, kommt aber, die Gliefle, die schießt gar nicht, das ist ja scheißegal. Reichweite ist er, die hätte es er. Jetzt schießt schon, dasselbe kommt. Oh, schon die Händchen kaputt. Das ist jetzt auch. Oh, Alter. Aber der hat er jetzt auch. Nein! Na, Glieflein selber. Auch nicht. Auch dahinter. Jetzt auch. Jetzt hat er, glaube ich, genug vorgehalten. Nee, immer noch nie. Alter, jetzt eng. Gehmeiner Meter, nee. Gar nicht mehr auf hier, ey. Wichser. Das ruht nicht. Sehr schön. Zweiter. Nee, guck mal, Sascha ist euer Erster. Ja. Ja. Ja, guck mal. Normal müsste ich eins hoch, damit es nicht passen für die Zahl. Eins, zwei, drei Schiffe versenkt durch. Joll. Erster? Warum? Ach, weil wir mal gesagt haben, komm dir das denn vor. Ne, ne, wahrscheinlich nur, wenn ich so viele Granaten verschossen habe. Ja.